Hallo und herzlich willkommen in der Barbara-Apotheke in Ohr-Erkenschwieg. Wir freuen uns, Sie in unserer hochmodernen und digitalisierten Apotheke zu begrüßen. Nach dem aufwendigen Umbau unserer Räumlichkeiten Anfang diesen Jahres können wir unseren Kunden nun über die klassischen Dienstleistungen wie der Ausgabe und Beratung von Medikamenten und homöopathischen Mitteln hinaus noch mehr flexible und sichere Apothekenleistungen bieten. In unserem hauseigenen Labor stellen wir mit höchstem Anspruch an die Qualität und genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt verschiedene Mischungen von Rezepturen her und mischen Salben, Cremes und Gele individuell für Sie an. Für mehr Beratungszeit und weniger Suche nach Medikamenten haben wir die klassischen Schubladen abgeschafft und diese durch einen modernen und zeitsparenden Kommissionierautomaten ersetzt. Darüber hinaus bieten wir Ihnen unseren praktischen Botendienst direkt zu Ihnen nach Hause sowie die Möglichkeit der flexiblen Medikamentenabholung in unseren modernen Abholfächern. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.